Ich besuche jedes Bundesliga-Stadion und bewerte das Essen, das Bier und auch ein bisschen die Stimmung. Heute ist dran... Leverkusen! Alter, ist die Würzigkeit. Da sind so viele Kräuter drin. Eine 7 von 10. Die Currywurst mit Pommes als erstes. Die Pommes sind okay. Ist kein Game Changer, aber ich bin sehr auf die Wurst gespannt. Also sie ist auf jeden Fall besser als zum Beispiel die in Dortmund. Currywurst eine 7, die Pommes eine 5. Kann man arbeiten. Hier gibt es einfach Kält. Sieht nicht schlecht aus. Falafel ist ganz große Quatsch mit Soße. 6 von 10 leider. Es gab noch genau einen Burger. Damit kann man arbeiten. 6 von 10. Und somit landet Bayer Leverkusen auf der Bundesliga-Stadions-Essenstour auf der 2. Herzlichen Glückwunsch. Untertitelung des ZDF, 2020